Wir sind die Firma Kronemus, ein mittelständisches Unternehmen mit dem Sitz in Iffitzheim. Und für unsere coole Verlademannschaft suchen wir einen Kollegen oder eine Kollegin. Die Materialien werden halt kommissioniert, werden verpackt und wir holen sie dann an den Lagerplatz ab und verladen sie. LKWs abladen, wenn was für uns kommt. Palette, Latte, Papier. Stufen richten, Pflaster richten. Ist wie Tetris spielen. Und das ist das, was halt den Reiz ausmacht. Ja, es ist jeden Tag was anderes. Einmal andere Steine. Wenn du Stapler fährst, musst du das Zeh auch haben. Du musst überall alles in Betracht ziehen. Weil man sonst viele Unfälle und Schäden verursachen kann. Aber man muss es schon, wenn man ist mit Regen, Schnee, Sonne ausgesetzt, man muss schon ein bisschen widerstandsfähig sein. Mut und Lust zum Schaffen, das ist das Hauptding. Wir sind gemeinschaftlich, wir schaffen zusammen, sind an einem Strang. Das macht uns irgendwie aus. Dann bewerbe dich bei der Firma Grönöme Sinifetzheim. Ich würde mich freuen, wenn ich dich demnächst begrüßen könnte.